Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Based on Slender Und zwar ist es ein weiteres Teil der Horror-Shocker-Reihe Und zwar spielen wir jetzt Sanatorium und ich sage wir Es ist immer noch dasselbe Tag und nachdem uns jetzt vorhin die Platte vollgelaufen ist Haben wir uns gesagt, dass machen wir noch das Spiel auf einer anderen Platte Herzlich willkommen bei Sanatorium Wünscht euch, der bringt uns auch an der Steuerung, Hockende Der Wien! Ja, hallo ich bin immer noch da Wer bist du? Der einzelne Intervide 6 von der Warned, Donald Company Was willst du? Fucken! Oh Mann, das ist doch alter Besser geht's nicht, oder? No escape Ich bin immer froh, dass ich mal selber nicht spielen muss Was? Ich glaube, ist das eine Sackkasse? Nee Das ist so geil, Sanatorium Boah, Alter, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, wenn ich ehrlich bin Ist das so schlimm, das Spiel? Die Stimmung, das ist unglaublich in dem Spiel, das ist echt hart Oha Guck da, das ist so, oah, das ist natürlich Rekord, kennt's? Oh, das ist, aber grad ich weiß, da bin ich eigentlich eh voll Du kennst die Rekord der Game, die Game Rules hier Wenn wir einmal verrecken, ist das eine voll, wer sei denn, es ist unter 5 Minuten Ich geh'n hier ab. Ach, ich des Spiel liebe. Oh, zwei Zettel. Oh man. Jetzt wird's gefährlich. Da hinten stand was. Echt? Was ist das aus? Ich bin mal ganz still, weil ich nicht weiß und ich hoffe für mich ehrlich gesagt, dass die Platte Speicher reicht. Du musst nicht immer noch zurückschauen, das ist dann... Wieso? Nachher kommt er. Ja und, aber wenn du dann zurückschaust, dann hat er uns erwischt. Was ist das? Nerver. Was haben wir hier? Spielautomaten oder was? Raging Market. Was ist denn dein persönlicher Rekord hier bei Sanatorium? Hör auf, hier mal zurückzuschauen. Ja, aber das ist so extrem. Oh. Drei von acht Zeiten. Achtung, nicht erschrecken. Die Musik. Wenn man das recht geglaubt hat, das Spiel dann erschrecken, was ich über so wege der scheiß Musik. Oh, da stand da. Ja, da stand da immer noch. Oh, 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 oh. Was ist denn das? Sind wir da rein? Na, da... Da ist er weg, da. Nicht brennen. Wenn du es nicht nötig hast. Das war das nicht. Hör auf! Ich muss doch gucken, ob er noch anwesend ist. Nein, musst du nicht! Scheiße. Ah, ich hab grad tatsächlich eine Sackgasse, Alter. Ich glaub nicht zum Spick. Kleine Sackgasse. Nach links. Links. Reinde gucken. Wow! Wow! Wo lang mein Plattenspeicher, wo ich nicht gerade hast. Wir erinnern uns irgendein Sanatorium, Map oder so. Mann, hör auf! Schwenk, Alter! Rechts, links, rechts, links! Nach hinten gucken. Nein! Nein! Okay... Links! Brände gucken. Nein! Da war da, oder? Da war da, oder? Rechts! Nein, war da nichts! Da war da, oder? Oh! Nichts! Ich komm nur nach rechts! Da hängelst du es. Ein Löwe! Oh mein Gott! Nein! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und Löwe selber weiß nie was, oder? Äh, was? Und Löwe selber weiß da was, oder? Keine Ahnung. Ich spiel zum ersten Mal. Da dann? Da rein. Da rein. Erstmal, ja. Ohohohoho! Tut mir... Scheiße! Sackgasse! Raus, raus, raus! Scheiße! Da ist er! Dann links, 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 links! Ach, meinst du, der andere ist ein blödes Licht. Links? Ja. Das ist zu spät zum Beispiel. Wie viele? 5 oder... Da schau einer. 4 von 8. Da ist er eine Asche. Oh fuck, fuck! Andere sick. Fuck, 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 fuck! Jetzt wird's heute, jetzt wird's heute! 5 von 8 Seiten. Alter, ich lache, wenn wir das durchzogen. Jetzt wird es richtig dick. Willst du gar nicht parken, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die müssen. Boah, Alter. 6 von 8 Seiten. Blub, 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 blub. Wow! Alter. Boah. Alter, wo war der? Oh, das stellt der Ecke hinter. Alter, 6 von 8 Seiten. 6 von 8 Seiten. Komm, noch eine Runde. Alle Runde spendiere ich uns noch. Nochmal? Hoffentlich reicht die Platte Platz. Okay. Magst du? Nein, danke. Mal das erst weiter. Ich schrick mich schon selber zu Tode. Puh. Puh. Boah. 6 von 8 Seiten. Fast 8 von 8. Was passiert? Ähm. Oh. Überspringen. Kann man jetzt überspringen? Ah, Escape können wir nicht drücken. Fick mal. Nee, geht nicht. Oh, Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das unser Let's Play entspricht. Und ich würde sagen, mir ging gleich rechts. Und nochmal rechts. Und meine Intonizon habe ich mal getauscht. Rechts. Und wieder rechts. Ich glaube, ich erinnere mich auf das U. Ähm, ich hatte schon mal bei 0 von 8 Seiten erwischt. Achso, pff. Ich weiß nicht, ob das das Sanatorium auch so ist. Oh, Alter. Mit. Ah, ja, ja, ist ja gut. Rechts. Oh, gut, da kann man was tun. Mhm, mal schauen. Ah. Ja, wir sind wieder out. Darum. Rechts. Rechts. Und hier ist immer eine Seite, kann es sein. Oh, warte, ich muss erst mal schnell aufs Klo. Darfst du nicht. Du bist zu fett dafür. Du bist zu fett für das. Und eine Seite gefunden. Oh Mann, jetzt habe ich gerade gedacht, es kommt was Lustiges. Weil als Mädels von der Wanted Daughter Company das Play haben, es scheint mir leider nicht im Let's Play drin, da wollte ich auch so aus Spaß auf das Klo gehen da. Ich gehe rein, hat alles perfekt geklappt. Mal rausgehen, auf einmal fliegen wir gerade aus der Welt raus. Das liegt vielleicht an. Rechts? Rechts. Sie sind immer am selben Ort, kann ich sagen. Oh, jetzt bin ich zu fett für das Versehen drauf. Wow, Alter, ich habe gerade gedacht, da steht da dieser Scheiß-Löwen. Geradeaus. Ich nehme nicht genau an, gucken. Zoom raus, Alter, das ist doch noch nervig. Oh, fuck, Alter, ich kriege gar nichts. Wow, Alter, da wird einem wieder schlecht, wenn man da zuguckt. Ja. Geradeaus. Hör auf. So, geht unsere Taschenlampe kaputt. Nach links. Da es nach rechts nicht geht. Nach rechts. Oh. Das ist... Rechts. Rechts. Das ist voll scheiße, das werden wir nach rechts und links gleichzeitig drückt, bleiben wir stehen. Das war überrascht. Links. Links. Geradeaus. Ja, wo ist es lang? Links! Rein! Ja, wir gehen rein. Oh, stark! Oh, stark! Oh, stark! Geradeaus? Äh, ja. Und geradeaus, geradeaus, geradeaus! Nicht nach links nach rechts schauen! Geradeaus! Links! Rechts! Da rein! Da rein! Da rein! Oh, die Scheißmusik einfach! Wo lang? Geradeaus? Geradeaus! Bloß nicht umschauen! Oh! Sorry! Boah! Du kommst ja offenbar bei mir bei der Muster! Aber die stimmen mich schon echt geil! Also, den... Eins, achte! Ne, auf, diese Stender-Spiele haben das einfache... Haben ein einfaches... Da stand da, da stand da! Da stand da! Äh, den... Haben einfach das Spielprinzip einfach und es funktioniert! Und warten wir dann? Nix! Ja, da war schon, dass da da stand, oder? Ja! Und... Jetzt da rein, oder? Ja, hocken in der Falle! Shit! Durch! Renn durch! Und geradeaus, rechts! Was soll's? Ne, da kommt er aber her! Achso! Ja, da rein! Da rein! Da rein! Kannst ja mal reingucken, wenn du wirst! Weil es wird nicht besser! Ja, und jetzt dürfen wir wieder raus! Oh, bitte! Bissar jetzt eigentlich das denn? Wow! Alter! Nicht aus! Nicht aus! Ich würde jetzt am besten grad raussprinten, oder? Sprint raus! Sprint raus! Okay! Aus geht's, oder? Ja! Das ist schrecklich! Alter! Rechts! Keine Ahnung! Ja! Ja! Rechts! Geradeaus! Und ist geradeaus, du! Alter! Alter! Das ist Spiel, ne? Das geht schon! Und für alle, die uns nicht glauben, dass es erschreckend ist! Spiel es selber! Download Link in der Beschreibung! Links! Ja, du bist doch schon links! Scheiße! Sag was! Salze! Ich lampe aus! Ich möchte draußen! Ich möchte nicht raus! Sprint einfach geradeaus durch! Da durch? Ja! Hat's auch extrem gebracht! Lampen aus! Und das ganze, wäre ich in die andere Richtung gegangen! Oh, Alter! Scheißspiel, Alter! Und, äh... Darum? Ja! Du bist jetzt schon zu spät! Du bist jetzt schon zu spät! Jetzt ist es umgekehrt zu spät! Wir sind nicht wieder beim Löwen! Ich würde sagen, jetzt gehen wir hier rechts! Keine Ahnung! Das geht nicht! Das ist eine Aufzugstür! Die geht nicht! Jetzt aber, oder? Das müsste aber rechts gehen! Ja! Geh mal rechts! Scheiße! Zettel da! Nee! Schaut er aus! Oh Scheiße! Oh, da ist einer! Nehmen wir ihn! Was ist da? Lass die Lampe aus! Das ist zu gefährlich! Mein Dings! Ja! Willst du das abstellen, Kamala? Ah ne, die Toilette waren wir schon! Geradeaus! Scheiße Leute! Darum! Äh... Rechts! Leute! Nicht rein! Nicht rein! Da waren wir schon in den Raum! Wo ist der, Alter? Keine Ahnung! Ich möchte es nicht wissen, solange er uns fern bleibt! Boah! Geradeaus! Und... Ähm... Geradeab! Ne! Links! Was? Alter, was ist die Sterbe! Da drin waren wir schon! Äh... Darum! Oh nein! Dünne Gänge! Sehr schlecht! Was ich hasse, weil im Entry gibt es so einen Gang oder eine Sackkasse! Eine ehrenste lange Sackkasse! Boah! Alter! Ah! Scheiße! Das ist auch keine Zeitung von der Aus! Boah! Wie kann er es weiter? Das ist schlimm! Boah! Das macht langsam echt Angst, das Spiegel! Äh... Links! Oder gleich wieder rechts! Keine Ahnung! Du kannst ja erstmal... Solange die Taschen haben wir nicht brauchen, kannst du ja ausmachen! Boah! Und rechts, links! Scheiße! Ja, eben nicht mal sprinten! Ganz rechts! Nichts! Oh Scheiße! Das wird gleich wieder beim Löwen! Alter! Wir laufen die ganze Zeit im Kreis, wir müssen die Rechte fragen! Wo ist denn? Keine Ahnung, ist die... Du musst ja geradeaus stehen und geradeaus, sonst wenn du beim Löwen bist, wieder rechts! Scheiße! 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 Geradeaus! 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 Geht da nicht anders! Links geht... Ah doch, links, Decke, links. Und wieder link... ne, wieder links nicht. Rechts. Rechts ist eine Sackgasse. Oder ist das da vorne? Rechts ist eine Sackgasse. Ne, das kommt wieder auf die Toilette. Scheiße. Durch, durch, durch die Toilette. Ich mag von der ich gefangen werde. Ist eigentlich so pädophil und der reißt uns nackt von der Toilette. Ja, ja. Und dann gerade wieder rechts. Nicht sprinten, einfach mal nicht sprinten. Und wieder einmal macht mir meine Platte einen Strich durch die Rechnung. Aber wir hätten es sowieso nicht weiter geschafft. Also... Ja, bei sechs und acht Seiten kam das Lender. Wir haben uns tierisch erschreckt. Eigentlich ja nicht, aber auch egal. Und, ähm... Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, äh... Letzt Kack in die Hose. Ciao. Bis zum nächsten Mal.